Es hat ja in anderen Ländern teilweise viel härtere Maßnahmen gegeben als in Deutschland und die Pandemie ist ja bis zum Sommer auch dort in Europa, in Frankreich, in Spanien, in England zum Beispiel massiv zurückgedrängt worden. Wie kann man denn aber trotzdem erklären, dass diese Entwicklung so unterschiedlich ist im Vergleich zu Deutschland, dass der Anstieg anderswo so rasant gegangen ist nach dem Sommer, trotz der Maßnahmen? Liegt das allein an der Zahl der älteren Leute, wie in Italien zum Beispiel? Das kann schon sein, also dass dort einfach eine Zeit lang, gerade jetzt am Anfang, als das wieder losging, das verpasst wurde, dass also die Inzidenz sich stärker in die älteren Altersgruppen verteilt. Es kann aber auch grundsätzlich eine Unterschiedlichkeit in der Bevölkerungszusammensetzung sein. Wir haben eine sehr interessante Studie, die neu rausgekommen ist im Preprint-Bereich. Da wurde mal die Infektionssterblichkeit noch mal ganz neu, ganz genau beleuchtet. Also die Infektionssterblichkeit, das ist ja so eine Größe, die schon von Anfang an immer stark diskutiert wurde. Erstmal hieß es ja immer die Fallsterblichkeit. Die Fallsterblichkeit, das sind diejenigen, die verstorben sind von den bekannten, sagen wir mal gemeldeten oder auch getesteten Fällen. Und da lagen wir ja immer so im Bereich von drei Prozent, vier Prozent. Und jetzt haben wir ein anderes Maß und das ist die Infektionssterblichkeit. Und das ist im Prinzip dasselbe, nur das berücksichtigt die Tatsache, dass man nicht alle Fälle testen kann in dem Moment. Und dass man bestimmte Maßgaben, bestimmte Schätzer finden muss für die eigentliche Zahl der wirklichen Fälle, die an dieser Erkrankung infiziert sind. Das ist also eine hochgerechnete Zahl, keine erhobene im Unterschied zur Fallstärblichkeit. Genau, das ist so eine Art Hochrechnung, aber eigentlich eine Hochrechnung ist schon was sehr Grobes. Das hier ist in den allermeisten Fällen einfach eine serologische Nachuntersuchung. Also das ist also schon eine konkrete Labortestung und da kann man dann schon sehen, manchmal muss man gewisse Korrekturfaktoren reinrechnen, je nachdem welchen serologischen Test man verwendet hat und wie lange die Untersuchung her war nach dem Betrachtungszeitraum. Aber eigentlich kann man über die Serologie schon sehr gut schätzen oder abstimmen, wie viele Fälle in der Bevölkerung nun wirklich infiziert waren in einem Untersuchungszeitraum. Und dann kann man auch natürlich die Verstorbenen genau erheben. Und jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen in vielen Ländern. Die erste Welle ging ja meistens Februar, März los und jetzt haben wir doch ein halbes Jahr das auswerten können. Und die Häufung in der ersten Welle ist auch in vielen Ländern vorbei. Und man konnte eben jetzt noch mal eine Meta-Analyse machen. Also das heißt, man studiert Studien. Man macht nicht selber eine Studie, sondern man schaut sich ganz viele Studien an und macht aus der Auswertung dieser Studien im Prinzip eine Wissenschaft für sich, eine wissenschaftliche Arbeit. Und man hat inzwischen viele Studien zur Verfügung. Und das haben diese Autoren jetzt gemacht. Und das ist wirklich interessant, was dabei herausgekommen ist. Ich sage einfach mal die Zahlen, das ist vielleicht das Einfachste. Hier wurden 962 Studien zur Infektionssterblichkeit ausgewertet. Das ist also eine extrem hohe Zahl. Da sieht man mal, was die Wissenschaft so generiert hat seither. Weltweit Studien. Weltweit, genau. Und dann wurden darauf ganz strikte Qualitätskriterien angewendet. Und diese Kriterien erkennen einfach all die Fehlerquellen an, die man machen kann in solchen serologischen Studien. Zum Beispiel ein Fehler, der häufig gemacht wird, ist, man macht eine schöne serologische Untersuchung. Und in dem Moment, wo dann der letzte Patient getestet ist, hört man auf, die Verstorbenen zu zählen. Das ist aber falsch. Denn der letzte Getestete, der kann ja gerade eben serokonvertiert sein. Das bedeutet, der ist, sagen wir mal, vor einer guten Woche infiziert. Und der ist ja jetzt gerade erst so langsam etwas schwerer krank, wenn er einen schweren Verlauf hat. Und er wird möglicherweise noch zwei bis drei Wochen einen weiteren, immer schwerer werdenden Verlauf haben und dann auch daran versterben. Und so lange muss man einfach warten. Das heißt, man muss nach der Beendigung der serologischen Testung noch eine geraume Zeit weiter warten, ob noch Patienten versterben. Also er hat schon Antikörper entwickelt, müssen wir noch mal zur Erklärung für den Lagen. Ja, richtig, genau. Das ist die Serokonversion, die Entstehung von Antikörpern. Noch schlimmer ist es, wenn man zusätzlich auch PCR-Testung macht. Denn dann ist der Zeitverzug noch länger. Da kann ich mich ja gerade heute infiziert haben und gehe noch in die Studie ein. Und es dauert vier oder fünf Wochen, bis ich daran dann am Ende versterbe. Und da würde ich dann auch nicht mit in die Studie als verstorbener Fall eingehen. Also nicht in den Zähler, sondern nur in den Nenner. Und den Zeitverlauf, diese Zeitverzögerungen, die das alles erfordert, die werden da auch ausgeglichen. Also das wird modelliert, da wird genau geschaut, wie lange ist so ein Zeitverlauf. Und dann wird geschaut, ob Studien einfach solchen gewissen Qualitätskriterien entsprechen. Es gibt natürlich noch andere Fehlerquellen. Zum Beispiel wurden in dieser Meta-Analyse, über die wir jetzt hier sprechen, nicht nur einfache direkte wissenschaftliche Studien ausgewertet, sondern auch Länderdatensätze, also nationale Meldedatensätze, die manchmal noch gar nicht zu wissenschaftlichen Studien zusammengefasst sind, aber doch in Statistiken vorliegen. Und da zählt dann wieder die Qualität des nationalen Meldesystems oder des auch regionalen Meldesystems. Und auch da haben die Autoren jeweils ganz genau drauf geschaut. Also die waren wirklich sehr kritisch auf Korrektheit dieser Untersuchungen. Und das hat dazu geführt, dass die dann von diesen 962 Studien 873 gleich ausgeschlossen haben. Und von den verbleibenden 89 Studien haben sie noch weitere 65 ausgeschlossen. Weil da auch immer irgendetwas an der Grundanlage dieser Studien nicht gestimmt hat. Und weitergemacht haben sie dann mit 14 Seroprävalenzstudien. Also das sind Antikörperstudien. Davon sind neun an Orten in der Europäischen Union gemacht und zwölf in den USA. Da sieht man schon, neun plus zwölf ist mehr als 14. Das heißt, einige von diesen Studien haben an mehreren Orten gearbeitet. Und Deutschland ist schon nicht mehr drin vorgekommen? Deutschland kommt da gar nicht mehr drin vor. Wir haben also aus Deutschland keine solche Studie, die diese Qualitätskriterien erfüllt hat. Dann haben wir fünf Länderdatensätze mit umfassender Testung, die also gut genug waren, um das so zu bewerten wie eine Studie. Und dann hat man zusätzlich fünf andere Studien genommen, nur zum Vergleich. Die sind also nicht Teil dessen, was da jetzt kommt, die Metaregressionsanalyse. Sondern die hat man nur als Vergleichswerte zur Plausibilitätsprüfung noch mitlaufen lassen, aber nicht mit ausgewertet. So, wenn man das jetzt einer auch etwas mathematisch ausgeglichenen Regressionsanalyse unterzieht. Also wenn man fragt, wie korreliert eigentlich, wie hängt eigentlich die Infektionssterblichkeit mit der Alterszusammensetzung dieser Bevölkerung zusammen? Dann sieht man eine erstaunliche Grafik, wenn man auf der x-Achse das Alter der Bevölkerung hat, also das mittlere Alter der Bevölkerung natürlich. Da kann man also für jede Bevölkerung eine Zahl sagen und auf der y-Achse den Logarithmus der Infektionssterblichkeit aufträgt. Also das ist nicht die Infektionssterblichkeit direkt, sondern den Logarithmus, also eine mathematische Umrechnung davon. Es sind vielen natürlichen Phänomenen so, dass wir logarithmische Korrelationen haben. Dann kriegt man eine perfekte Grade und es ist ganz egal, in welchem Land das gemacht wurde, diese Untersuchung. Mit anderen Worten, ein Statistiker würde sagen, die Alterszusammensetzung erklärt fast die gesamte Varianz im Datensatz. Also die Veränderlichkeit, die Unterschiedlichkeit der Infektionssterblichkeit zwischen den einzelnen Studien, zwischen den einzelnen Ländern. Zum Teil sind das lokale Datensätze in einzelnen amerikanischen Bundesstaaten und so weiter. Die wird praktisch nur davon bestimmt, wie alt die untersuchte Bevölkerungsgruppe im Mittel ist. Also das Alter macht es aus und sonst praktisch nichts. Zu 90 Prozent ist, glaube ich, die Zahl, die dann, was die geografische Verteilung angeht, in der Studie genannt wird. Genau, also das ist schon extrem viel. Also eine so hohe Attribution, also so viel Zuschreibung an einen Faktor. Das ist schon erstaunlich. Aber die Tatsache, dass eben diese Studien so gut vorausgewählt worden sind, hat gleichzeitig hier auch dazu geführt, dass die Vertrauensgrenzen dieser Untersuchung extrem eng sind. Und das finde ich wirklich sehr überzeugend. Darum habe ich diese Studie hier auch hervorgehoben für den Podcast. Kann man denn, weil wir schon gesagt haben, Deutschland kommt aufgrund der fehlenden Datenbasis nicht vor in der Gesamtauswertung, am Ende in der konkreten Auswertung, kann man irgendwie ableiten, wo Deutschland da stehen würde? Ja, sicher. Also wir können uns, wir sollten vielleicht mal, ja, wie fangen wir mal an? Ja, kann man vielleicht sagen. Also die Autoren nennen auch ein Beispiel, das ich auch ganz plastisch fand. Sie haben auch ausgewertet aus vielen gemeldeten Datensätzen und insbesondere jetzt aus den USA, was in den letzten Jahren so die Influenza unter denselben Kautelen ermittelt für eine Infektionssterblichkeit hatte. Und bei der Influenza-Infektionssterblichkeit, da kursieren ja ganz unterschiedliche Nennungen. Das basiert darauf, dass Experten in den Medien weltweit immer diesen Vergleich mit der Influenza angestellt haben. Schon ganz am Anfang, da gab es ja immer die Leute, die gesagt haben, das ist alles so harmlos wie eine Grippe. Und seit dieser Zeit kursieren in der Öffentlichkeit jeweils so anekdotische Zahlen. Die beziehen sich aber manchmal nur auf ein Land und manchmal nur auf ein Jahr. Und die werden dann einfach übertragen und aufgeschnappt und weitergeredet. Aber wenn man das mal ganz klar anschaut, nach einer richtigen Datenauswertung für die USA, die haben ein sehr gutes Meldesystem, kann man sagen, die Influenza hat über einen mehrjährigen Zeitraum eine Infektionssterblichkeit von 0,05 Prozent in den USA. Bei uns ist das übrigens etwas weniger. Und gleichzeitig nach dieser jetzt richtig gut gemachten Meta-Analyse hat Covid-19, also die SARS-2-Infektion, eine Infektionssterblichkeit von 0,8 Prozent. Das ist also 16 Mal so viel wie die Influenza. Für jeden Influenza-Toten gibt es 16 Covid-19-Tote in den USA. Jetzt ist aber die amerikanische Bevölkerung jünger als die deutsche. Das heißt, wir müssten in Deutschland natürlich mit einer Infektionssterblichkeit rechnen, die nach dieser Auswertung so an die ein Prozent rangeht oder sogar knapp über ein Prozent geht. Das habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Ich bin kein Demograf. Das kann ich auch nur überschlagen. Aber es wäre vielleicht interessant, wenn das mal jemand ausrechnet. Die Studie ist ja frei verfügbar. Ich glaube aber, wir sollten uns vielleicht auch das nochmal auf eine andere Art und Weise vergegenwärtigen, indem wir einfach mal, und das ist ja das Gute an dieser Studie, die zusammengefassten Infektionssterblichkeiten in den einzelnen Alterskohorten uns mal anschauen. Die können wir ja jetzt wirklich nennen. Also da können wir jetzt wirklich sagen, im Mittel über diese vielen verschiedenen Ländern sieht es so aus. Und da können wir sagen, in der Altersgruppe zwischen 35 und 44, da liegen wir ungefähr so wie bei der Influenza. Also das ist so, wenn so ein mittelalter Erwachsener eine Grippe kriegt, eine echte Virusgrippe. Da liegt man also auch häufig schon im Bett, aber einige haben auch ganz leichte Verläufe nur. Zwischen 45 und 54 ist es 0,2 Prozent Infektionssterblichkeit. Zwischen 55 und 64, also die letzten zehn Berufsjahre, die man so hat, ist das 0,7 Prozent. Das ist also eben so im Bereich von, je nach Vergleichssituation, ich würde jetzt mal sagen, zehnmal so viel wie die Grippe. Oder sogar noch mehr, also in anderen Ländern würde man auch sagen, 15mal so viel wie die Grippe. Und die Autoren hier haben einen interessanten Vergleich gemacht. Die haben mal so ein bisschen Verkehrsunfälle ausgewertet. Und die sagen, das ist ungefähr 200-mal so hohes Risiko wie ein Jahr Autofahren in derselben Altersgruppe. Also wenn jemand in diesen letzten zehn Berufsjahren ist, dann kann der ein Jahr Auto fahren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der einen Unfall hat, die ist nur ein Zweihundertstel zu sterben wie bei einer Covid-19-Infektion. Statistisch gesehen. Ja, reine Statistik, aber es ist einfach nur, die Autoren führen das hier ins Feld, um das mal ein bisschen plastisch zu machen. In der Altersgruppe von 65 bis 74, wo man also gerade in Rente ist und das Leben jetzt richtig genießen kann nochmal, ist die Infektionssterblichkeit 2,2 Prozent. Das ist 30-mal so viel wie die Influenza. Also in dieser Altersgruppe auf einen Grippetoten haben wir 30 Covid-19-Tote. Und die Zahlen, die dann höher sind, noch in den höheren Altersgruppen, sind furchtbar. Über 75 bis 84 Jahren 7,3 Prozent. Und über 85 Jahren fast jeder Dritte. Das ist also so viel wie die Pocken im Mittelalter oder einige Ebola-Ausbrüche in Afrika, die auch in diesen Bereichen sich entwickeln. Und man hört an diesen Zahlen auch ganz deutlich, wie schnell es geht mit zunehmendem Alter, wie die Infektionssterblichkeit ansteigt. Bei 0,2 haben wir angefangen, 0,2 Prozent bis 54 Jahre. Ja, das geht also ganz rapide nach oben. Und es ist natürlich ein bisschen auch, sagen wir mal, eine Darstellung hier dabei. Wenn ich das hier so sage und was ich hier sage, ist nur, ich gebe das einfach so wieder, wie die Autoren das schreiben. Ich hoffe, dass ich das immer präzise ausdrücke. Ansonsten wird man mich dafür auch wieder strafen. Aber es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man das auch sich vergegenwärtigt. Denn dafür werden natürlich solche Meta-Analysen dann auch gemacht. Es geht ja hier nicht um das Zählen von Verstorbenen, sondern es geht einfach um die Bewertung der Situation. Und das ist eben dann doch nicht mehr eine reine, kalte Wissenschaft, sondern das ist eine gesellschaftliche Botschaft, die hier ergeht. Eine Einschätzung, wie gefährlich das Problem ist, das wir jetzt vor uns haben und das jetzt gerade natürlich auf uns zukommt in dieser Winterzeit. Und Deutschland ist keine auffallend junge Gesellschaft im weltweiten Vergleich? Deutschland ist eine relativ alte Gesellschaft.